Im SWR 3 Podcast 1 plus einem Freundschaft auf Zeit hat Lena Meyer-Landrut nun voller Stolz enthüllt. Ich mache gerade eine Ausbildung zur Tätowiererin. Die Motivation hinter diesem neuen Schritt ist ganz einfach. Lena hat Bock und findet es geil. Dennoch sollte man nicht erwarten, dass die Wild-Free-Künstlerin eine professionelle Karriere als Tattoo-Künstlerin anstrebt. Für sie bleibt es eine reine Freizeitbeschäftigung. Ich bin ein Hobby-Girl. Ich finde es cool, dass ich dann so tätowieren kann, erklärte Lena. Nachdem sich die Sängerin mit einer Zeichnung beworben hatte, wurde sie bei dem Online-Kurs angenommen. Ich male so Sachen wie Mandalas, also grafische Formen, sagte sie. Eine der vielen Video-Lektionen des Kurses ist die Nadelkunde, an der sich Lena momentan die Zähne ausbeißt und durch die jeweiligen Fachbegriffe und Anwendungen kämpft. Doch ohne Fleiß kein Preis. Lena ist hochmotiviert und hat sich ein günstiges Starter-Set gekauft. Das ist der größte Bullshit, den man machen kann. Aber damit habe ich schon mal geübt. An Schweinehaut wird nicht mehr trainiert zu tätowieren, erklärt Lena. Vielmehr wird synthetische Haut genutzt oder Obst. Oder man übt an Leuten, denen es egal ist. Denen hakt man irgendwas unter die Haut, lacht Lena. Wenn die eh schon voll tätowiert sind, dann macht eine kleine Sonne auch keinen Unterschied mehr. So die 32-Jährige. Zusätzlich berichtete die Musikerin, dass sie am Ende des Kurses ein Zertifikat erhalten werde, welches sie offiziell zur Tattoo-Künstlerin macht. Bis sie jedoch ihre ersten Kunstwerke auf echter Haut verewigt, wird noch einige Zeit vergehen. Irgendwann will Lena Meyer-Landrut aber große Motive stechen und eine richtige Maschine kaufen, die sie sich schon ausgesucht hat.